Mensch. So, jetzt aber. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Ich begrüße euch herzlich hier. Ja, es ist ein bisschen später geworden. Nehmt mir das nicht übel. Die Kamera ist heute aber auch echt der Wurm drin. Irgendwie sitzt sie heute vollkommen... Mein Bildschirm steht quasi... Wie soll ich euch das zeigen? Mein Bildschirm steht quasi so. Ja? Oder, oder, oder... Ach, ist egal. Vergiss das einfach. Ähm, ja. Life is strange. Ja, doch, ich hab... Doch, ich... Ich wollte unbedingt... Ich will unbedingt spielen. Nein, it's strange. Tut mir leid. Ich hab doch noch gewartet, bis er da unten fertig war. Aber dann kann ich euch wenigstens mitnehmen auf die Reise. Ähm, ja. Episode 4 ist draußen. Ja, ich bin total geil. Ich... Die letzte Episode war ja total traurig. Und ich bin sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Ihr fragt doch sicherlich wieder, weil er vor um zwei Mikrofone... Ja, ich probier's heute aus. Ich hab das Update der Capture-Karte auch drauf. Und ich hoffe natürlich, dass es auch aufnimmt. Beziehungsweise läuft's auch. Ähm... Erstmal Hallöchen Gotox, Hallöchen Klangasparlo-Läckchen... Und auch Hallöchen andere... Die anderen, die da sind. Hallo Franzi. Ich begrüß euch herzlich. Hallo Y-Spot. Du auch einen wunderschönen guten Abend. Und willkommen zur Let's Play Live-Show. So. Was? Live... Äh... Nun der Game Ended with... Ah, ne... Ab deinem Beginn... Was? Okay. Press any button. Das machen wir natürlich. Boah, ich bin so geilig. Ich freu mich so. Life is Strange. Ja, Episode 4. Ist die letzte Episode, glaub ich übrigens. Und ich bin sehr gespannt. Ne, Quatsch. Was erzähl ich denn da? Eine Episode kommt ja noch. Aber erstmal Episode 4, Darkroom. Wir erinnern uns, was geschehen ist. Und das schauen wir uns jetzt an. Denn in der letzten Episode... Das war schon sehr mitreißend, muss ich sagen. Und... Ja. Vorhin auf Life is Strange. Wow. Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du mitbringst. Nicht immer wieder zuhören, Freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Corfew, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the Darkroom. Over and over. That's it. Listen. I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Ja, wir erinnern uns. Wir haben die Zukunft geändert. Ja, und es sind ein paar schreckliche Dinge passiert. Wir erinnern uns. Achso, Prost erstmal zusammen zum Wohle. Ich hoffe, er hatte eine angenehme Woche. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Denn Chloe, wissen wir ja, sitzt mittlerweile im Rollstuhl. Hallo Roman, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show und zu Episode 4 von Life is Strange. Episode 4, Prost. Square Enix. Hä? Okay. Ich halte einfach mal die Klappe und ihr genießt das einfach mal. Es soll nicht so aussehen, als ob ich mich langweile, aber ich finde es einfach total geil und scheiße. Es könnte die ganze Zeit so weitergehen. Life is Strange, Episode 4. Dark Room. Hallo Nerf, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show und zu Episode 4, Life is Strange. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist weird, zu sehen, dass du wieder mit dir wiederkommst. Ich weiß. Ich bin glücklich, dass wir hier sind. Es war schön, dass du mir eigentliche Letters sendet. Das ist mehr als meine anderen Freunde haben. Und du hast sogar geschrieben, auf der coolen Parchment-Papier. So, Max. So pretentious. Aber ich liebe es schreiben, wie ein Englisch-Poet. Du verdienst das beste Stationery. Wahrscheinlich einfacher zu schreiben, als zu besuchen mich. Ich meine das nicht in einer blöchsten Art. Nicht total. Du wahrscheinlich willst, zu vermeiden, wunderschöne Gespräche wie diese. Uh, Pretty much, ja. Aber die Worte, was du kannst, ist mich als ein Baby. Ich will immer noch lachen und mit meinem Liebkollegen sprechen. Kannst du uns aufhören? Das ist wirklich die beste Sicht der Sonne. Was haben die Fotografie? Die Golden Hour. Hallo lieber Freund von Lerf, wie du siehst? Ich kann das, mit meinen Eltern. Mein Vater still fühlt sich zufrieden, um mir das Auto zu kaufen. Du hast wirklich nicht Blame William, hast du? Für mich den Hybrid ich wollte für mein Sweet Sixteen? Nein, ich blame den Mann, der mich auf und mich in die Dichte hat. Du hast alles vergessen? Ich sah alles in Bullet Time. Ich fühlte meine Brüche, und das war das letzte Mal in meinem Körper. Als ich in der Krankenkasse in der Krankenkasse in der Krankenkasse habe, ich in der Krankenkasse konnte. Jesus. Ich weiß nicht was zu sagen. Ich weiß nicht was. Ich bin einfach glücklich, dass ich dich wiederholt habe. Ich könnte, dass ich aus der Blüten aus der Blüten, wie die Frau von Blackwell. Ich bin so sicher, dass du siehst. 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 Das ist eine ganz andere Welt als wenn wir Kinder waren, ist es? Nach dem Schnee und Eclipse ist es eher wie die Ende der Welt. Ich sage nicht das. Ich versuche dich nicht zu sagen. Es tut mir einfach wie Arcadia Bay ist, wie ein Meldung. Ich weiß, dass Dinge aus der Kontrolle sind. Aber als wir zusammen sind, ich fühle mich nicht Angst. Ich bin so sicher, dass du mit dir fühlst. Ich fühle mich wie ein totaler Kind wieder. Du wirst sogar nicht wissen. Listen, Chloe. Ich bin sorry, ich habe nicht mehr zu sehen. Das war falsch. Du bist mein bester Freund. Max. Danke für mich zu kommen. Du bist großartig. Ich glaube nicht so. Ich glaube nicht so. Um, meine Nose ist zu schmerzen. Vielleicht sollten wir zurück nach meinem Ort? Es ist hella cold hier. Hella? Ich liebe das Wort. No offense. None taken. Nein. Ich bin so, ich bin so. Es ist eine ziemlich hohe-teck-laire. Es fühlt sich wie ein hohe-teck-cell. Aber ich bin Glück, dass meine Eltern Buster hat, um mich zu beschäftigen. Ich weiß, dass es für sie schwierig ist. Sie sind dankbar, dass du mit ihnen hier bist. Sie sind dankbar, wenn sie nicht alleine gehen können. Manchmal bin ich wie ein totaler Teenage Brat, um ihnen zu geben, um mich zu schäuern. Pathetisch, ich weiß. Chloe, du bist eine große Frau. Du bist nett und sensibel, wenn du überhaupt nicht musst. Ich glaube, ich habe immer noch meine Rage. Es ist, wenn eine Nurse muss, wenn ich eine Dumpfülle, um mich zu schäuern, Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Life is Strange Episode 4. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, bin ich ganz ehrlich. Ich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob wir es hätten verhindern können, diese ganze Sache und ich bin, keine Ahnung, ich bin total hin- und weggerissen. Ähm, ja, die beiden haben sich so ein bisschen unterhalten so über frühe Zeiten und alles und natürlich auch über den Unfall und was sie halt, wie gesagt, als sie jetzt es gefühlt hatte und halt vor dem Unfall und so. Und puh, na, und ja, Max sagte ihr halt, sie ist sehr stark, ne, und sie kann das alles und... Ja, ihr wisst ja, wie gesagt, mein Englisch ist not very good, mein German is not much better und, äh, ich versuch's natürlich, so gut es geht, ein bisschen zu übersetzen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Oh, das Schnee-Dau. Ich glaube, nicht alles hat verändert. Es ist, ich find's persönlich, es ist sehr schwer, über diese Situation jetzt gerade so ein bisschen zu reden, mir persönlich, also, bei mir geht's sehr nah, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist das erste Spiel, wo ich sag, hallo Schnoggi, grüß dich, willkommen zu Let's Play Live Show. Aber es ist das erste Spiel, wo ich wirklich so ein bisschen mitfühle mit den ganzen Charakteren. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, eine kleine Ankündigung, bevor wir jetzt hier richtig loslegen, und zwar auf YouTube. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Das nächste Let's Play, was auf YouTube kommen wird, ist, äh, Dishonored. Dishonored wird kommen, und zwar, äh, das Remake, also Dishonored 1, wird kommen auf YouTube, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, da freu ich mich auch sehr drauf. So, da haben wir doch Warta. Superschnucki. Wer ist das für ein Fan? Zum Wohle. Bordig. Ouch. Es war nur ein Gefühl. Ich weiß, du bist nur zu helfen. Ja, das hat mir ein schlechtes Habit geworden. Du klingt jetzt wie ein Adul. Wer spoilert denn hier die Persönlich? Richtig. Oh, jetzt hab ich gar nicht aufgepasst. Verdammt. Mist. Jetzt hab ich mich so auf die Kommentare konzentriert. Verdammt. Was erinnerst du dich? Woran erinnerst du dich? Äh, du bist richtig, oder ist es richtig? Same like yesterday. Es ist selber wie... Jetzt ist mal... Woran erinnerst du dich? Was erinnerst du uns als Kinder? Prost überhaupt! Wir haben alle verschiedene Erinnerungen. Ich denke, wir sind als kleine Piraten, rufen und rufen durch die Arcadia Bay. Okay, me too. Aber wir sind immer Piraten in unserer eigenen Weise. Ja, richtig. Check mich aus, Chloe of the Caribbean. Keine Ahnung, ich werde jetzt auf eine fucking boat. Unless du mit mir bist. Wie kannst du sehen, ich kann nicht alle meine andere Freunde wegnehmen. Welche Freunde du mitst du mitst? Megan Weaver, aber du nicht sie kennst. Sie war cool. Aber nach meinem Erinnerung, sie war zu cool für Schule. Ich weiß, ich war nicht so viel. Keine Entschuldigung, ich bin ein Loser. Aber ich versuche, dass Dinge richtig richtig ist. Wie? Mann, du bist nicht Supermax. Und ich versuche, dass du nicht zu tun. Ich versuche, dass meine Eltern für dich. Sie lieben dich so viel. Ich weiß. Meine Mom und Dad sind so cute. Ich versuche, dass sie immer hier rauskommen und sicherlich alles okay ist mit mir. Ich denke, Joyce und William sind unglaublich. Max, der Erkrankung hat sich so hart auf dem. Unsere Erkrankung ist so gut. Und die Medikationen sind so hart auf dem. Stella will viel Zeit mit ihrem Freund verbringen. Ist natürlich verständlich. Nehmen wir dir natürlich auch nicht übel, liebe Stella. Patrick war das, glaube ich. Hallo Patrick und willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du da bist auch. Und ja, wie gesagt, auch erstmal ein paar Prost. Hallöchen, willkommen zu Let's Play Live Show. Ja, ich, wie gesagt, mir fehlt partout. Ich bin total hin und weg von der ganzen Story. Ich weiß momentan gar nicht, was ich sagen soll. Ich versuche, so ein bisschen so raus zu friemeln. So ein bisschen auszupicken. Ähm, was die besten Entscheidungen momentan sind. Deswegen halte ich mich da momentan auch noch raus, so, ne, wie ich das Ganze Hand habe. Deswegen, ich versuch's erstmal. Ja. Kann ich alle die Bälle? Keine Chance. Ich bin total von mir. Aber es dauert viel Arbeit, aber es dauert viel Arbeit zu finden, zu finden, dass ich meine Eltern immer ein Million Dollar verholt habe. Chloe, du bist gar nicht. Ah, no pun intended. Du bist so ein Geek. Das ist warum ich dich liebe. Natürlich, ich bin ein Geek, wenn ich eine bin. See, ich bin praktisch ein Human Entertainment System. Es wäre schön, wenn du zusammen mit dir bist, und dann ein Film wie wenn du die Nacht auf meiner Haus spenden. Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr sehen? Nicht, wenn du hier bist. Nicht noch. Dass auch du auf YouTube, der gerade zusieht, auch trotzdem Spaß beim Schauen hat. Weil die Folgen werden auf jeden Fall wieder auf YouTube landen. Reflex, Tipp von mir. Gerade in dieser Episode nicht durchrennen. Du verpasst was. Okay, also alles angucken. Das ist super. Pirate Power. Alter Schwede. Cool. Krass. Hallo Chloe. Hallo Chloe. Sie mag jetzt fluffy Tiere. Wenn es hilft, brauchen wir mal die Wörterstücke übersetzen. Ja, es ist sehr lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Super. Aha, hier ist der DVD. Hier ist der DVD. Okay, wir haben die DVD schon mal gefunden, aber trotzdem möchte ich mich nochmal... Achso, ich glaube, das fangen wir jetzt. Trotzdem haben wir, äh, noch ein bisschen Zeit, ein bisschen ein Wheelchair. Ja. Ich kann es auch immer noch nicht fassen, dass, äh... Wie gesagt, meine... Meine Frage... Meine Frage ist wirklich, ob wir es hätten verliehen können. Chloe's Message Board, since the accident, sure looks lonely. I didn't add much. Bad, Max. Nun, haben wir denn da ein Bildchen? It's nice, my parents sent a card at least. I wonder who this is. Kind of a generic card. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe just... Dropped you a quick... I feel a language... Ich müsste mich, achso, ich müsste mich nochmal übrigens nochmal... Nochmal, ähm, bei euch nochmal entschuldigen. Bei euch nochmal entschuldigen, wie gesagt, dass es heute so spät geworden ist. Leider, ich bin ja nicht nur ein Let's Player oder nur ein Streamer. Ich habe auch nebenbei noch ein bisschen was anderes zu tun. Ja, also nicht, nicht böse sein, wenn ich dann mal nicht pünktlich erscheine. Chloe can totally control her Computer. It's so great, people get this high-tech help. Okay. Sie benutzt also diesen Computer hier mit ihrem Mund, so wie das aussieht. Und sowas gibt es ja auch... That is so incredible. And she can browse cat-radios on the web. Das hat sich... Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. That's so cool, that Chloe has made friends online. Ich kann das kaum lesen, aber steht schon da... What... What's... Wills... Chatroom... Achso, Chatroom... You stay... Was... Was... Safety... Do not give a personal... Information to any person in this chatroom... Achso, ja, okay. Das ist nur die... Information. So what are you doing? Target with you. Was machst du? Ich rede mit dir. Miss Blue... Mit wem schreibt sie denn damit? Ignatius... Ignatius, ist das richtig? Ich glaube, ja. Haha, no shit. Okay. I'm about to bring... Quantum Leap. Oh my god, love. Scott Bukla rules. Brauchen wir das ohne deutsche Untertitel machen. Das wäre ein Rätsel. Für mich auch. Ich hoffe natürlich, wenn jetzt die letzte Episode dann nächsten Monat kommt, dass wirklich das Ganze nochmal auf Deutsch bitte übersetzt wird. Bitte, liebe Entwickler. Bitte, liebe Square Enix. Bitte auf Deutsch. Nur Untertitel. Die Texte. Untertitel, Texte. Und die DVDs sind neben der TV. Würden mir schon vollkommen reichen. Und ich glaube, die lieben Zuschauer auch. Würden das vollkommen reichen. Bin ich ganz ehrlich. Weil... Weil... Weil es ist doch wirklich für... Moa... Und vielleicht für dich auch gerade. Oder dich da hinten auf dem Sofa mit dem Chips-Sweet in der Hand. Wahrscheinlich auch. Und wahrscheinlich schwer. Einige Sachen zu übersetzen. Teilweise geht es ein bisschen. Nichts, aber medische Suppe. Und... Ähm... Teilweise natürlich nicht. Teilweise geht es. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zur Let's Play Live Show und alle neuen Zuschauer. Einen Freitag, einen Samstag, ab 20 Uhr, wenn ich es natürlich auch schaffe. Bathroom. Bathroom-Area, Gasmask-Optionale. Finde ich gut. Okay, raus kommen wir nicht. Gut, das hatten wir schon gesehen, das haben wir auch schon gesehen. Teddy, das hatten wir auch schon gesehen. Das ist ein seriöses Heatland. Wow, Sir. Chloe war eine straight A-Student. Sie könnte auf irgendeinem College gehen. Okay. Klass A-Student war sie gewesen, das heißt, sie war richtig gut, so wie das aussieht. Sie könnte jeder, in jedem College könnte sie antreten. Gottloser Bastard. Ich bin so glücklich, dass Chloe deine Scheiß-Fund verbringte. Das zum Beispiel. Auch wenn es nicht eine andere Realität war. Das zum Beispiel, das würde ich jetzt so gerne durchlesen. Aber es ist einfach zu schwer, meiner Meinung nach, für mich persönlich, zu übersetzen. Klar, sag mal, wenn ich jetzt schnockig fragen würde, übersetzt mir das mal. Das würde, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Zeilen brauchen. Deswegen lassen wir das einfach mal. Ich hoffe natürlich, ich habe euch ja versprochen, sollte das Ganze nochmal auf Deutsch erscheinen, textmäßig, also untertitelt und hier textmäßig, werde ich es nochmal spielen mit euch. Das war ein hübsches Familienfoto gewesen mit Chloe. Was war da gewesen? Ich muss mal eben kurz nochmal die Kommentare lesen. Was scheint, jeder sagt, er hat für eine Episode gut drei Stunden gebraucht. Aber wenn man wirklich alles entdeckt, wie einige Entscheidungen, die nicht offiziell sind, braucht man pro Episode schon mal gut sechs Stunden. Ja, wie gesagt, es kommt natürlich jemand auf den Spieler darauf an, wie er durchspielt. Ob er halt, wie gesagt, ziemlich schnell durchrennt, um zu wissen, wie es weitergeht oder alles. Oder halt wirklich alles untersucht. Ich wollte nochmal kurz darauf zurückkommen. Auf, ja, länger wie zwölf Uhr. Ähm, erstens geht's natürlich immer, kein Thema, länger wie zwölf Uhr. Zweitens, morgen muss ich leider ein bisschen was tun. Ich muss leider morgen machte aufstehen, machte aber nichts. Trotzdem machen wir heute ein bisschen länger. Ähm, und drittens, ja, es kommt natürlich immer darauf an... Sie muss diesen Ventilator nutzen, um zu breathieren. Äh, Moa möchte auch mal ein bisschen Wochenende haben. Ja, aber ich bin auch die ganze Woche unterwegs. Aber, wie gesagt, ist es kein Thema. Ähm, können wir gerne mal machen. Also mal so ein bisschen länger machen, natürlich. So. Ähm, es geht in dem Brief einfach darum, Dass Direktor alles, was Direktor Wallis zwar Chloe gern behalten will, er aber findet, dass eine Behinderung... Was? Was? Dass eine behindert gerecht besser ist. Okay. Äh, nicht mehr lange dann Until Dawn. Ja, werde ich streamen. Habt ihr ja gesagt, ihr wolltet's sehen bei mir. Deswegen hab ich mir Until Dawn vorbestellt. Und jetzt nicht hier, naja, wegen mir, weißt du? Wegen mir, genau, hast du vorbestellt. Und Capcom macht, äh, Resi 2 Remake. Ja, hab ich auch schon gelesen als V-Fan. Jo, hab ich auch schon gelesen. So. Now we have a movie night. Genau, movie night. Schule meinte ich. Achso, Schule. Ja, ja, ja. Macht nix. Behindertgerechte Schule. Ja. Danke, Schnucki. Aber trotzdem würde ich das, wie gesagt, wenn das nochmal übersetzt wäre, lesen, ne? Nur wegen euch. Hab ich Until Dawn vorbestellt. Freut euch dann schon mal drauf. Ne? Und es wird noch viel, viel weitere Games geben im nächsten Monat. Wie gesagt, Dishonored im Let's Play. Es wird Until Dawn im Stream geben. Es wird wahrscheinlich Mad Max auch geben. Dann wahrscheinlich im September wird's dann soweit sein. Mad Max. Es kommen noch so viele geile Spiele, die ich ja vorbestellt habe. Ja, das wird auf jeden Fall noch ein glorreißiges Jahr. Wir sind ja jetzt schon quasi wieder bei der Hälfte. Ist ja unglaublich, ne? Hast du die Kings Quest? Nee, nee, hab ich nicht. Nee. Und Max ist eingeschlafen. Während des Films. Mit Chloe zusammen. Und wie gesagt, ich frage mich wirklich, ob man's hätte verhindern können. Ich bin immer noch total erschrocken. Irgendwie sitz ich heute, so seitlich, ne? Hallo. Herzlich willkommen. Ist irgendwie, die Kamera ist heute, spinnt heute irgendwie. Ich kann nicht glauben, dass ihr so schnell schliefst. Wie schreitst du dich? Ich weiß, dass du mich mit mir geblieben bist. Und Blade Runner ist ein ziemlich drömmendes Film, für dich zu sehen. At night. Äh, du, du denkst, Deckard ist ein Replikant? Sorry, ich kann sehen, dass du nicht so schliefst wie ich. Nein. Ich bin sorry, ich schraubte so hart. Warst du okay? Ich habe eine Mutter und Vater, wenn du nicht schliefst auf mich. Du bist eine B*** in der Morgen. Es ist die Firma, die ich stehe. Talos Principal kommt? Cool. Ja, Zombie, du hast schon mitbekommen. Es war großartig, zu sehen. Ich weiß, es ist total Star Trek-Shit. Du kannst nicht even sehen, die Niedel. Seriously, ich brauche es. Meine Eltern halten die Schwäge upstairs, weil sie denken, ich kann es nicht. Aber du kannst, Max. Wie ein Piraten, oder? Ich bin auf, okay, sie verlangen von uns jetzt, dass wir ins Badezimmer gehen, dass wir da, äh, Morphium für sie besorgen. Ähm, puh. Was? Bei Zombie-U hat mich der Perma-Dev genervt? Nee, bei mir gar nicht. Ich fand das total geil. HSV-Fan, ich fand das voll cool. Vor allen Dingen, dieses, dass man sich selber trifft, fand ich voll geil. Ich glaube, ich werde Zombie, werde ich, glaube ich, mir auch bestellen und holen. Oder, beziehungsweise, es kommt ja im Store. Es kommt ja nur alleine im Store. Ähm, wie gesagt, ich fand es damals ein richtig cooles Game. Ähm, das stimmt, da hast du vollkommen recht. In Wirklichkeit ist Chloe ein zwar cool, aber eigentlich, ja, ist sie kaputt. Kaputt, kaputt ist sie. Kaputt. Sie werden ihre eigene Haus weggezogen, wegen der Medikationen. Das ist schrecklich. Am 18. Kommt es auch mit, ja, nächstem Monat. Nächstem Monat kommen wirklich viele gute Spiele wieder, oder beziehungsweise ein paar Spiele, weil jetzt ist momentan wieder das Sommerloch, weil natürlich die Gamescom vor der Tür steht. Ähm, vor der Tür steht. Deswegen, ähm, wie gesagt, ihr könnt mich auch für Gamescom antreffen, wenn ihr wollt. Donnerstag werde ich, den ganzen Tag werde ich da sein. Donnerstag, also der Öffnungstag quasi. Kann ich mit ihm reden? Hey, William. Um, am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. And she's been a trooper. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be your father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Paris, too. being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yeah. She went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit. Pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. Donnerstag, das wird so voll sein. Ich werde so früh da sein müssen, damit ich auch pünktlich reinkomme. Mal gucken, ob ich mich irgendwo anstelle. Ich weiß noch nicht. Das, was ich definitiv euch sagen werde, was ich ausprobieren möchte, wirklich möchte, da stelle ich mich, keine Ahnung, da stelle ich mich von mir aus zwei, drei Stunden an, ist Projekt Morpheus. Will ich unbedingt testen, weil wird da sein, weiß ich. Allein nur deswegen fahre ich auch schon hin. Und natürlich um euch zu treffen, falls ihr da sein werdet. Und natürlich auch ein paar neue Spiele zu sehen, wie sie so sind. Ob man vielleicht zum Beispiel hier dieses von den Guerilla Games machen, hier dieses Zero Horizon sieht. Würde ich mich sehr darüber freuen, um mal zu sehen, wie es wirklich aussieht. Weil aus Trailern und so kann man ja immer so ein bisschen, ne, denkt man immer, wie das sieht, das denn aus, das ist wirklich so. Und solche Sachen, wie gesagt, das interessiert mich halt sehr darüber. Mafia 3 kommt auch aus. Ja, da freu ich mich sehr drauf, Mafia 3, Alter. Ich hab alle zwei Teile gespielt, alle, ja. Bin ein großer Mann, ich hab heute irgendwie ne komische Frisur, hab ich das Gefühl. Das liegt aber daran, weil ich vorhin noch eben ganz schnell fix in der Dusche gehuscht bin. Weil ich kann mir, wie gesagt, von der Arbeit. Ich war empfunden von Chloe's Rümen und all das high-tech-Equipment. Das sehen, muss auch schnell gehen. Wir können ein paar Mansions kaufen, was es alles kostet. Die Insurance hilft, aber ich weiß, alles so, ich weiß, Ich weiß, es muss hart an euch, finanziell sein. Diese Bills sind mehr als kraschend. Wir müssen uns mortgage-our-Homme und das ist ziemlich schrecklich. Aber wir werden es gehen. Der Preis ist immer richtig. Entschuldige? Nein? Chloe needs anything. Es war so großartig, mit dir wieder zu sprechen. Du schaffst, wie es die letzte Zeit ist. Und bitte, behaupte mich von diesen Bills, wenn du es willst. Ja, ich freu mich auch. Ja, 70er, irgendwie sowas hab ich auch schon mitbekommen. Wie gesagt, 70er, aber ist egal, es wird trotzdem ein geiles Game. Sie werden es ja ankündigen, nach der Gamescom haben sie ja gesagt, also wenn die Gamescom oder während der Gamescom irgendwie sowas, wollen sie es ja ankündigen, das neue Mafia oder haben es vor. Wir erinnern uns, wir haben den Vater ja gerettet in der letzten Episode. Wenn wir ihn hätten nicht retten können, wäre dann Chloe nicht das passiert, aber da mussten wir uns ja leider entscheiden. Ach ja.